nach mensch ist voll dumm also einfach nur dumm leider ist aber bloß weil ich wissen kann man diese try and error dinger sind ja gut und schön aber nicht weg so viel wieder rückpunkt machen muss ich probiere einfach mal ein save state ok einfach mal so machen einfach mal gucken was passiert ja ich hab das noch zurück vielleicht muss ich ja gleich aktivieren mal gucken bestimmt so vielleicht habe ich sie einfach so ohne selbst oder ich habe so sicherheitshalber aktiviert ja nur sicherheitshalber aber geht es ja nur so mehr lang hier geht es ja nur anders lang ist aber wo jetzt hier lang wie geht es uns wohl lang das ist eine doppel verarsche hier kurz mal gucken noch mal also rechts auf keinen fall lang hier unten ist miss 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 den auf falsche latsche die die und ich komme dann tatsächlich noch mal zurück zu den feen was sehr nett ist so ja okay dann habe ich das natürlich natürlich nicht ohne safe states geschafft leider leider aber jetzt hier mit neuen fairy fountain so und neuer film allerdings ja gut misst schade aber ich habe jetzt den großen weg da geschafft das war gut den 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 anderen weg da muss ich natürlich hier aus unwissenheit an den falschen weg geladen naja mein gott okay was wollen die ach ja natürlich jetzt ist natürlich noch lang das ist die ohne alle schönes ich kann jederzeit zurücklaufen latsche mir neue fehl holen neue energie ja jetzt aber mal wieder erst mal wieder lange versuchen das ist ja richtig fies das ist fies das ist okay der rückblick ist aber jetzt nicht so lang okay ich lese gerade von lina noch 17 follower dann habe ich 10.000 auf twitch das wäre natürlich nice und würde mir den amt ein bisschen versüßen jetzt habe ich hier gegen bodenplatten war so klar manchmal hat man schon so ein bisschen was nur so ein bisschen ich habe jetzt eigentlich habe ich jetzt ein schwert ich könnte eigentlich in der ecke stehen bleiben und die zauber dann hier aber wow das ist ja auch mal das komplette ding hier so Ich will erstmal wieder ein komplettes Bild Nein, nach oben gucken Scheiße Okay Totenkopf Na komm schon Hallo Lampe, danke Nichts passiert Hätte ich gar nicht machen müssen, oder? Weil die Tür war doch offen in der Zeit Was soll das denn hier? Achso, okay, da ist ja wieder ein Schalter Okay So, komm schon Warum ist hier nichts? Okay, wartet mal Dann ist eventuell die hier wieder ausgegangen Weil müssen die drei hier an sein Wartet mal, okay, jetzt Schnell zurück Schnell Schnell So Merkwürdig Konntest du die Wände checken? Muss ich kurz ruhig sein? What the fuck? Was will er? Was will er von mir? Wartet mal Waren hier noch mehr Lampen? Achso Ach du Scheiße Aber ob das so lange hält Ich probiere es einfach mal Aber die halten noch niemals so lange Vor allem wenn ich hier rumrennen muss Und so was Alles, weil die Lampen gehen ja wieder aus Ach man, hier ist immer eine Falle Hier ist immer eine Falle Ich probiere es noch nie, ich heil mich jetzt erstmal Tschüss Das ist irgendwie strange So, also Wieder Raum da durchguckt Okay, dann probiere ich es mal so schnell ja okay so jetzt habe ich eigentlich sterben lassen und jetzt waren tatsächlich alle vier fackeln bloß ganz schnell aktiviert gut so dann muss ich ja wieder hier ich muss die ja hoch machen Sonst komme ich hier nicht raus. Hier, ich komme sonst hier nicht mehr raus. Genau. So. Ja, wie kriegt ihr denn... Also ich kann ja die roten Steine nicht runter machen. Weil dann sind die blauen hier hoch. Und dann komme ich hier nicht mehr raus. So, also wie kriege ich hier das Ding hier weg? Hm, wartet mal. Eventuell Ähm Ey, das muss ich ja den ganzen Weg nochmal machen, oder? Damit ich wieder runterkriege. Weil eventuell gibt es einen Enterhaken. Hier in dem Tempel. Dann komme ich wieder rüber. Dann komme ich ja da rüber. Aber naja. Aber ist er ein bisschen doof, oder nicht? Weil, ähm Ja, weil Hä? Weil wenn ich jetzt da runterhehe zu der Truhe. Die Truhe ist jetzt nämlich eingemauert. Die Truhe, an die Truhe komme ich jetzt nicht. Und da ist er jetzt doch doof. Balabadabaa Es ist aber echt nicht sein Ernst, oder? Boah, voll getroffen. Was ist denn, wenn ich jetzt, äh... Ich zeige es euch mal. Ich gehe mal schnell nochmal zu der Truhe. Wo ja eigentlich eine wäre. Ach man, lass mich doch mal hier Anlauf nehmen. So, aber aus da komme ich jetzt nicht dran. Ich müsste doch mal zurück. Ja, das ist natürlich jetzt richtig schön kacke. Oder komme ich da doch irgendwie ran? Nö. Ist das gemein. Ja, ich könnte mich jetzt natürlich sterben lassen. Bloß will ich das. Ja, wartet mal. Entweder muss ich mich jetzt echt sterben lassen. Damit alles wieder gesettet wird. Aber ich habe ja den Schlüssel noch weiterhin. Weil wird ja gespeichert. Ja, oder? Ich, ähm... Ich probiere mal rein und raus. Mal gucken. Also aus dem Tempel meine ich jetzt. So. Mal gucken. Ah. So. Nur das Dumme ist, um jetzt wieder da hochzukommen, muss ich wieder die Scheißstrecke da machen. Aber eventuell ist ja der Enderhaken dabei ein besseres Hilfsmittel. Na guck dir. Bis soll der Enderhaken sein, oder? Er ist es! Geil. Okay. Oh Mann, er... Er ist lang und kurz und dann... Und er kann ganz viele Sachen anziehen. So. Sehr schön. Und kann ich an so eine Dinger hier ranziehen? Jep. Alles klar. Ja, jetzt müssen wir bloß nochmal nach oben. Weil jetzt komme ich ja... Ich komme ja jetzt nicht mehr dahin. So. Eventuell sind jetzt diese ollen scheißroten Dinger totaler Kikifax. Mal gucken. Hoi. 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 Ne, das ist schön schnell hier, wa? Alter, hier. Aua. Oh. Scheiße. Ne, das ist die. Ne, da, da, da. Ne, da, 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 da. Na, so könnte man das jetzt vielleicht schaffen, ey. An dem Ding hier vorbei. Wartet mal. So, zack. Und ne, schafft man trotzdem nicht. Ey, das ist voll dumm. Das wäre jetzt noch dümmer. Ah, nein. Ich muss mich ja so treffen lassen. So. Okay. Kann ich hier einfach rin? Ne. Ja, wir müssen das leider nochmal machen. Ich hoffe, ich hoffe, das Ding hilft jetzt mehr gegen diese scheißroten Dinger hier. Komm schon. Jawoll, Alter, jawoll. Ich kann die jetzt betäuben. Da freut sich der Lustleidling. Aber was? Ja, komm schon. Okay, gut. Dann habe ich jetzt kein Problem. Dann gehe ich den Weg natürlich sehr gerne nochmal. Wo ich immer noch so scheiße abpralle von den Dingern. So, komm her. Oh, komm her. Zack. I jedem. Ich töte die trotzdem alle. Dann ist der Rückweg gleich da. Ihr wisst schon. Weil ich musste halt leider wieder zurücklatschen, ey. Das gibt's nicht. So. Zack. Ey, wie viel hältst du denn aus? Na doch, okay, oder? Ja, ich laufe an den Dingern vorbei. Ist ja gut. Ich betäub's mir und laufe an den Dingern vorbei. Oh, leck. Geil zu viel enemies auf dem Bild. Schön. So, ey, da ist das geil, Mann. Das ist so geil. Ich liebe den Enterhaken. Ich liebe ihn. Der Enterhaken. D-d-d-d-d. So. Schön. Ist das schön, ey, d-d-d. Ich war überhaupt keine Fehlmehr. Pass auf, hier. Hier, pass auf. Links. Und rechts, Kombo. So. So. Wo ist eigentlich? Ich trau trotzdem Angst vor den Viechern. Nicht, dass sie genau, denn ich durch die Tür hier denn da sind. Die sind doch schön einfach. So. Ja, das ist gut. Also hier will ich jetzt auch trotzdem nochmal alle lieber platt machen. Lieber, weil das ist hier so am einfachsten. Hier muss ich nur Knöpfe drücken. Und ja, ich versuche die anderen einfach zu betäuben. Ich weiß nicht, ob ich durch die durchlaufen kann, während die betäubt sind. Würde ich gerne mal irgendwann, wenn es nicht so wirklich viel ausmacht, würde ich das gerne mal ausprobieren. Aber jetzt hier in dem Tempel, ich habe keinen Bock darauf. Ist das alles. Das ist echt schön. Jetzt macht es auch wieder richtig Spaß. Also das hat der Entwickler trotzdem gut rausgekriegt. Das so zu machen, dass ich dann trotzdem wieder Spaß dabei habe und unbedingt weiterspielen will. Muss man ja auch mal so als Feedback und so, ne? Die Scheiße, voll abgeprallt. So, komm. Jetzt stürbst du jetzt mal. Wie fällst du denn aus? Aua. Ach komm. Ich hole jetzt einfach hier ab. Lass mich da in Ruhe. So. Betäubt. Oh, das war knapp. Betäubt. Tschüss. Komm jetzt ab. Kein Bock hier mehr, Mann. Jetzt hier. Okay. So. Wissen Sie genau, was meinte ich. Da hatte ich eigentlich keinen Bock drauf, dass er genau da spawnt. Vor der Tür. Aber okay. Okay. Komm wieder her. Hey, du Sau. Ich mag Fetty. Der Enderhaken betäubt so schön. Okay. Dankeschön, Super Dizzy, fürs Subscriben. Vielen, vielen Dank. Ich schätze mal, du findest den Enderhaken auch so toll. Und du hättest bestimmt nicht subscribed. So. Erledigt. Okay. Oh, es ist so schön, ey. Wenn er sich einfach nicht mehr bewegt. Er bewegt sich einfach nicht mehr. Diese dumme Vieh, ey. Hau ab. Hau ab. Tschüss, Mann. Tschüss. So, wie gesagt. Ich weiß bloß nicht, ob ich durch die durchlaufen kann. Deswegen jetzt aber nicht probieren, weil unten sind Herzen. Herzen, die auf mich warten. Dass ich sie ein-cache. Wow, wow, wow. Was? Und ich mache auch ein bisschen, kurz vor der Betäubung, mach ich gerade noch ein bisschen Damage. Ist ja auch geil. So, okay. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Hochboosten. So. Und jetzt natürlich nicht den falschen Weg benutzen. Das war nix. Jetzt gleich den richtigen Weg. Am allerbesten. Ach, Mann. Wow. Nein, das war falsch. Wow, 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 wow. Okay, gut. Gut. Dann schaffe ich es jetzt auch ohne Probleme. Hoffentlich zu den Feen. Ich denke, die hier austrickse. Die scheiß Augen. Vor allem das Auge hier ist richtig kacke. Aua, aua. Wow. Wow. So, kurz ausricksen. So, okay. Muss nicht sein, dass der mich hier doppelt abknallt. Wäre ja ein bisschen fies, wenn man jetzt aus Versehen aus dem Tempel rausgeht, ey. Das ist natürlich auch ein bisschen doof, ne? Wow. Okay, wir haben es geschafft. Schnell zu den Fairies. Ja! Ich brauche eine neue. Ich freue mich sogar, dass es geklappt hat. Dass wir den Fangenhack dadurch gekriegt haben. The Fairy. I will keep it. Die ganzen Leute, die jetzt hier einen Deathcounter machen. Das dient doch bestimmt bloß später irgendwie zum Vergleichen oder so. Später. Wie haben denn das andere Leute hier gemacht? Aber wer hat denn da nicht irgendwie besser zu vergleichen, wer wie oft Safestates benutzt hat? Weil dann sind doch die Tode sind doch egal. Das Spiel ist ja halt so hart, dass man halt... Dass halt die eigentliche Herausforderung ist, keine Safestates zu setzen. Also eigentlich müsste man doch einen Safestate-Counter machen, oder nicht? Und dann vergleichen. Wobei, ja, Marcel, der ist zwar tausendmal gestorben. Aber... Er hat aber auch nur drei Safestates benutzt. Zum Beispiel. Oder? Klingt doch eher nach... Klingt doch eher nach irgendwie, was man denn sich so untereinander austauscht, oder nicht? So. Geil. Dann komme ich jetzt auch mal wieder zurück. Sehr schön. Leute, mal schauen, was der Tempel jetzt noch... Der Tempel jetzt noch auf uns zu warten hat. Verzeihung. Oh, wann jetzt? Bosstime! Oh nein. Oh Gott! Die Augen von ihm waren da oben gerade. Oh Gott. Wartet mal. Oh mein Gott, hier gibt's Grafikfehler. Ach du Scheiße. Okay. Okay. Okay, ich kenne diesen Boss. Der ist an sich jetzt nicht so... Seine Füße tanzt hier unten rum. Okay, das ist bestimmt so der Wachs. Wartet mal. Ich will mal gerne was probieren. Kann ich ihm schon vorab Schaden machen? Das wäre natürlich geil. Dann muss er erst mal runterkommen. Nee, nee, gut. Ich hab ne Fee... Eigentlich ist bloß Hammer Time gefragt. Aua! Oh! Das hat mich getroffen! Sein Glitcheschwanz. Ey, das ist ja eh mein. Das ist ja fies. Ich hätte irgendwas Unsichtbare getroffen. Komm her, du Sau. Wow. Ach, diese Scheißdinger, ey. Die waren ja mein. So. Safe State. Ha, 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 ha. So. Einfach gesafe-stated. Genau, was der noch für ein Arsch hier ist. So. Hm. 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 Sorry, man muss hier Safe State machen, weil ich muss sonst den ganzen Tempel nochmal neu machen. Also noch... Ja. Das dauert mir jetzt zu lange. Oh, okay. Okay, okay. Ich muss doch noch gar nicht Safe State laden. Ich hab nur einen Safe State... Alter, das ist unsichtbar. Das ist fies. Oh. Ah. 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 Shit. Safe State. Einfach nur ne Fee. Hm. Ha. So. Boinks, 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 boinks. Wie macht man den nochmal fertig denn? Swaum. Swaum. Wow. Swaum. Swaum. So. Komm schon. Macht die... Das ist der Maskenkönig übrigens, ne? Der Maskenkönig. Wie er vorher war. Bevor er... Den Wind Waker... Oh, man. Was für düt. Sorry, Leute. Aber ich denke mal hier, das ist irgendwie besser, weil ich werde mitunter von Sachen getroffen, die unsichtbar sind. Weil das Feuer nicht richtig angezeigt wird oder so. Tut mir leid. Also... Ich glaube, ein Safe State möge man mir hier verzeihen. So, jetzt ist das Feuer schön sichtbar. Man kann ausweichen. Ne? Wenn man cool ist... Wenn man nicht cool ist, dann macht man Safe States. Doing. Boing. Boing. So. Ach, man. Ja, komm da erstmal schön nach vorne. So, Bus. Was ist jetzt mit seiner Maske, wenn die kaputt ist? Was machen wir jetzt? Ich kann ihn nicht treffen. Ich kann ihn nicht treffen. Ach, mit den Pfannhaken vielleicht. Wow, wow, wow. Ähm. Ich treffe aber wie mit nichts. Vielleicht trotzdem noch den Hammer. Oh, oh! Alter, Bus. Ich bin so geflogen.